ja ich hab ich habe gehört die ist nicht und das gelten böse da warte ich werde dir jetzt nach und nach und das sind keine wort ich kann so leute kurze frage könnte mir ich irgendeiner mit leitern zu bleiben weil ich brauche leitung doch gleich nein können ja und blöcke mit leiter ist das definitiv einfacher und waren sicher bei denen da drüben ist gerade ganzes stück explodiert wie viel waren es denn die versuchen eric wird so verzaubert das eisenschwert und eisenrüstung eisenrüstung wäre nett ja ich weiß ich habe hier relativ erik ja warte kommen gleich warte musste nur matrix gerade an warte ich weiß es einfach da unten rein ja er damit alles ich habe hier die beiden plattform abgebaut das war's jetzt hier hast du jetzt eine eisenrüstung ja so ist es sehr schön so muss das sein ist das nur die chestplate oder chestplate und rosa und ein schwert muss das sein das ist was habe ich nicht bekommen okay dann war es schon irgendwas von zwei teile ich hab nix unten stehen du bekommst jetzt noch verzauerten bogen und feine portion of regeneration die nehme ich mal mit und du bekommst der schaufel diamond effizienz e5 danke das ist noch netter wort man müssen wir schon wieder das eric eisenhelm ich muss noch was gucken wie ich das zu dir werfen dass ich da bleibt mal stehen also warte mal ich muss mal gucken wie viel blöcke du ich weiß nicht ob es direkt zu dir durchfällt guck erst mal ich werde es mal graben kann man das bett also einstein also bedrock irgendwie abbauen nein kann man nicht kommen kurz ob der grail bei dir angekommen ja okay gut dann kann ich die da jetzt unterwerfen achtung der menschhoffel bogen da schabbel oder habe ich habe ich habe ich und es ist hier oben nicht noch habe ich es geht es geht auch die diamanten meine külere diamanten mein ja was ich weiß rüber danke wie geld die shovel bräuchte es noch nicht die praktisch euer den bogen aber den behalte ich auch da gibt es noch eine kiste weil ich brauche schnell noch eine kiste alter ich kann das ja da rein mal ja ich brauche mir ja ja was los guck mal guck mal wir gehen mal wieder zum crafting ach so dieses ist ja nicht aber jetzt habe ich sie dahin geschmissen gut passt passt ich mir jetzt mal einen bogen besorgen und traur die mal da drüben bisschen sehr guter plan ja ich bin gleich fast ganz oben kann da rein das klug an alter die haben mich gerade weg getrunken okay ich bin also eric was gewonnen redstone darf es dazu die alter dass wir haben auch mich über den button und leiter ich mag mein bogen alter ich laufe das rennen da so plötzlich fall ich so unter ganz plötzlich ohne vorwarnung also wie soll ich das sind hier es ist 64 10 wie kommt das jetzt sicher zu dir runter kein haus wasser wasser ja ich darf nicht an der seite runterlaufen lassen ich bringe es ja trotzdem wollte mich einfach nicht mehr zu bringen egal ja 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 ich mache ich habe ich habe ich habe mir dann lange du hoch ja weil ich werde ich werde ich gerade übelst und scheiße wenn ich kann nichts mache ich ich bin tot was hast du alles dabei mein stuff ist noch da ist noch kein schälter vorstellst du dich da wo eric wieder steht oder was warte ich da wo ich dir das zuwerfen kann ja ja da wo eric dinge ist ne okay ja also tnt ich muss noch nicht da ich noch nicht da so ja ich heiße ich habe es egal die leitern aber jetzt noch fackeln und buttons okay also ich habe jetzt buttons wird habe ich das problem ich habe beschossen und kann mich nicht wehren so wirklich ein bringe mal blöcke vorbei dass du dir eine mauer bauen kannst ja dankeschön ich bin jetzt sozusagen in der falle jedoch nicht er hat sich von mir verpisst er denkt er wahrscheinlich bin weitergegangen bin ich gut so eric das liegt hier unten alles an einem eingang bin unterwegs an einer futter luke nein 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 nur wenn wir schießen nicht auch nicht schießen kann er sich überhaupt treffen keine ahnung der steht direkt gegenüber von mir danke auch der kaputt für mich gehen ich glaube ich nehme ein paar team mit sechs stunden jetzt mal ein paar abwehrblöcke ich habe mich dabei ja hier oben haben wir eine unendlicheres ich habe eine idee was wir machen lukas oder außer er meinte das lass mal hier am rand eine mauer bauen das meinte ich ach so ich dachte meint das für eric er hat das für eric auch dass er sich da verstecken kann also ich verstecken dass er sich da schutz suchen kann alter hat schießt er gerade auf mich oder auf dich er schießt auf mich wie viele feine der verprasst ich bin jetzt wieder unten bei euch die einzige die habe ich ja ich brauche eine stinknormale schaufel habe ich nicht bei zwei hoch ja ich brauche mir jetzt eine schulme holz 3 hoch solltest du machen weil ich erweite bei mir schießen ja von oben ich muss drei hoch machen ach gut ich habe das blöcke das ist schon mal sehr sehr gut ich habe auch noch mal acht hier also wir notfalls haben wir noch was ich habe immer zwei leitern was ich habe zwei leitern noch hier die ich habe mich hoch vor dass du so ist es nicht alle macht also noch mal machen die türen hinter dir zu lassen ja ich will ja ich will ja auch raus jetzt kann ich einfach die rücker treffen ich sehe da unten dass ein creeper steht alles mitmacht das was das wasser bringt obwohl ich da habe ich mit dem erinnern mehr kisten ich sagte ich brauche kein wasser hätte dass ich aber nicht nach unten fließen dass das weißt du ja nein ich will nach oben ich will nach oben das ist natürlich möglicher hey warst du jetzt die leitern bei dem baum warst du da schon ja du stirbst da nicht runter geht bloß nicht da fällt man in so einen endlustigen auf einem baum drauf dann bist du tot also wir haben noch vier eisenschwerter also wir können uns dann nach unten darf ich eis abbauen um nach unten zu kommen kommt drauf an wenn läuft es dann an der seite von unserem vorbei oder nicht nein 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 das ist brauchst du das eigentlich das ist dann die sterben auch die ganze ein creeper kann das sein dass sie doch solange sie beschäftigt sind könnte ich gerade nicht so lange sie beschäftigt sind ja wirklich ich bin ja gerade so fucking eigentlich eingeengt ne warte mal scheiß doch ich bin eingeengt hast du dir eine mauer gebaut erik naja sagen wir es mal so ich bin gerade an dem äußersten block von uns weil ich hier eh lang muss da kann ich mir gerade keine mauer bauen das problem lukas unsere mauer ist gleich geblendet wenn sie mich hat die absicht einer mauer zu errichten scheiße ich habe meine blöcke vergessen ich werde noch blöcke mit haben wir noch blöcke irgendwie gerade oder sand oder so also hier in 60er ich muss hier runter ohne dass ich das abbauen muss weiß ich nicht stirbt komm ich soll aus der welt ohne dich wäre die welt ein besserer ort woher ja keine ahnung haben wir heute in englisch gelesen und dann hat sich ein 13 jähriges mädchen umgebracht wo ich leute ich habe keine blöcke mehr ja wir auch nicht also ich will ich brauche mir gerade heißen bis jetzt ein kraftikel ich habe ein kraftikel bei mir wenn du lieber bist kannst du mir allerdings dort gehen oder so dass ich war dass ich dahinter die kisten kommen tag ich glaube ich habe mich gerade selber geschafft wo warte mal ich habe ich noch irgendwie blöcke dabei holz nein ich habe leitern okay ist in ordnung ist in ordnung du hast übrigens die mauer ist fertig ja hast du noch blöcke ich habe noch einen sandblock in der hand alle hier 32 bricks und eis und glas und hier hochkommen leute ich brauche um einiges mehr blöcke ja ich baue mal ein paar schießscharten rein okay ich hätte gleich beschweren sie sich das wieder eine mauer haben oder sollen sie es doch selber machen echt das darf man ja nein peter würde sich jetzt beschweren die beschweren sie aber nicht brave österreicher ja peter ist ja ein scheiß österreicher oh mein gott wenn er das video nämlich wasser lassen die noch zur seite oder fließen das ist ja nur die idee hier sind so eisblöcke an der seite wenn du die abbaust dann kommt passiert das weiß was ich mache das ganze jetzt auch noch mal hier auf der seite und so leute unter dem haus ungefähr sind diamanten wie seht ihr die unterm haus sozusagen ja ich kann ja eh nix sehen aber lukas vielleicht ich bin gerade auf die andere seite gucken da da sehe ich es wo sie sind naja nahezu unter dem haus nicht ganz unter dem haus die sind episch weit unten leiter naja gut ich bin gerade scheiß hier ist weit genug scheiß hier ist lava okay also leute sagen wir es mal so ich brauche fucking viele blöcke jetzt ja ich fange jetzt mal an hier die war es mich zu den dias runter zu haben einfach gut ob dann muss natürlich erst ich meine ich die die so ganz ganz weit unten sind ich glaube ich meine die fast direkt wenn ihr bei dem haus seid daneben guckt sich das mal wo die sind er hier sagt da und da wo das tnt auch ist und so ja und da sind monsters borne scheiße müsst ihr euch ja nicht kümmern das ist jetzt einfach jetzt mal das ist leute habt ihr doch jetzt noch ein paar blöcke geliefert äh monsters borne kann ich die abbauen hier doch mit packig pickaxe stein muss mir ja wie soll ich da bauen so mal gucken was habe ich noch von baumaterial das nehmen mit erreg hat so ein bisschen stein nein doch stein könnte aber auch abholen das ist ungefähr unter dem haus ach ich hänge auf eine fackel daran liefst nämlich auch noch mit und auf geht's warte mal wie ist der schritt da unten ach nee da ist gar nicht toll thomas hat einige probleme durch die spiel zu kommen ich helfe ihm das war nur ich habe komme ich vorher schreck weil du gesagt hast du willst thomas gehen dann kann schon irgendwas mit erik nein ich habe mich getötet weil er war nicht so schlau hat sich eine treppe runter gebaut in die in die steine das habe ich gemacht durch die spinnen ich habe mich aber gemacht ich bin lieber hoch als es war ja schockiert ist auch immer block runter und da habe ich nichts mehr gesehen wo hatte ich hier angst wenn mir jetzt hier mob entgegen kommt bin ich tot nein dass du kitts mich nicht du kitts mich nicht du fällst vorher runter geht doch was ist die kombination für das coach los was im coach los wir sind coach los was die kombination dafür ahnung wir sind gerade ganz viel creeper leute wie löst man ein problem mit ganz viel creeper noch mehr creeper nein tt als er hier und alle neue alter ich habe gold mein vater hat mich gerade angerufen aber ich habe es gerade was bist du gestorben stirbst du wir hätten naja hier ist so ein jump parkour da kommst du zu einer kiste mit gold und da sind auch die aus daneben also du kannst du damit du es weißt ich habe jetzt im haus den weg zu den steinen gegraben aber nicht wundern warum hier so eine riesen loch ist er das ist gar nichts dahinter warum bauen die dann brauchen wir knöpfe nein ich habe welche ach ich baue mich da nicht um ich baue mich da jetzt hoch warum ich auch die ganze zeit irgendwo ich hoffe kann ich gebrauchen jetzt brauche ich nur noch so wenig nicht holen um all das ist böse ich bin ja lang glaube ich bin üblich viele mobs entgegen kreischen kent für gold die gäste der war zu kommen japan bei ihr vor dem Leben kripto kreis angst wenn ich das jetzt ab oder umgekehrt ich weiß auch nicht jetzt hatte ich gesagt natürlich fällt direkt hinter mir erst mal kippe runter ja was brauchen wir gold so dringend bei so einem äpfel vielleicht nicht zwangsweise du hast du schon die waffen fackeln und essenskissen gefunden was denkst du warum da schon dinge ja ich hab sie gerade erst entdeckt deswegen kommt der blöcke sonst komm ich nicht da hoch nein es gelten böse aus böse kuh das viel kam gerade wirklich auf die idee mich runter zu schießen also wollte auf die idee kommen wenn du ich war schon am ende der web der ganz dahinten deswegen das gold leute ich bin jetzt im schneebiom nur so ganz nebenbei bemerkt da war ich auch gerade da will ich ja auch hin da geht es auch noch ein berg aus da ist eine doppelkiste nur wir fehlen die blöcke ja wo ist denn hier eine kiste in dem warum ich über innen weiter scheiße jetzt hätte ich auch viel gebraucht da will ich jetzt stein abbauen genug was ja 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 machen wir machen was abgebaut und ich darf es nicht nutzen ich werde nämlich eine ordentliche achse machen ja stimmt ich muss immer was essen ich vergesse es ja das ist mein mein problem das passiert mir immer ja besser das als problem was irgendwas noch schlimmer ist musste mal die treppe ein wenig verändern lukas du kannst ja ein steek nehmen wir noch nicht ich habe noch es bei mir läuft gerade ich bin aber nicht mehr sehr hoch an essenssupply ich will aber nicht zurücklaufen jetzt weil dann bräuchte noch mehr blöcke es war schon so tortur mit diesen blöcken auszukommen doch keine jahre haben hier oben auch nicht gerade viele haben wir brauchen eine kohle oder so was er ist brauche ich brauche also ich brauchst zumindest damit ich hin bei die kisten kann jetzt habe ich natürlich verbaut das war sehr intelligent was mir überlegen wenn meine holzschaufel machen würde ja eventuell ist meine holzschaufel kaputt gegangen egal egal ich habe auch verrottet das fleisch zumot halt warte mal ich zerbreche hier einen eisblock innerhalb von unserem dings den darf ich ja nutzt habe ich auch gemacht das habe ich hier von gefragt das ist ja klar habe ich hier ein habe ich ein schild habe ich da schlagen da stand du wohl doch ich krieg gerade ein frame ein wo ich habe gerade nur noch 90 frame das ging gerade ganz schnell runter ja das ging gerade ganz schön schnell runter eine stein pickaxe machen steinschaufel hin alter ernst das recht ist mein blöck um da hoch zu kommen das ist böse hier musst du eis abbauen um was also vertreten ist das gelten da hinten mit goldrüstung dieses scheiß kubi das ist nicht nur ein skelett übrigens ja ich sehe es gerade leute der rückweg wird so fucking schwer ich habe nichts groß gedroppt aus dem knochen ich mache mir mal nebenbei noch ein paar fackeln hin dass sie hier nicht so spawnen ich habe gerade außerdem eine kugel gilt hey thomas läuft da oben lang ja ich beschreibe sie gerade wir können lang laufen wo sie wollen eigentlich an sich so ich habe ein eisenschwert mit ich bin jetzt aber nicht wirklich Leute ich habe es fast ich schieße den jetzt die kühe weg das war fast unmöglich aber wieso ist doch einfach dann rennen die da einfach durch und haben gegessen macht das nicht ist doch wurscht ich gehe jetzt hier und trete abbauen ich bin ein montaramin arbeiter ich hoffe die können jetzt was ihr könnt jetzt auch auf meinem bildschirm erkennen aber weil ich bin ja so ein montaramin arbeiter erik nein 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 was ich habe mich zu weit gegraben bin dann an diesem ort runtergefallen nein aber aber ich hatte immer hinten ne gut scheiß drauf ich habe ich kann mir das ganze zeug neu kraften muss ich halt wieder abbauen gehen das war jetzt nicht so wichtiges zeug wisst ihr was mich mal interessieren würde wie kommt man an die blaue wolle ran die ist jetzt angeblich direkt neben mir aber ich kann mich hier nicht durchgraben magic nein creeper ne ohne spaß jetzt mal leuchtt dankeschön creeper hier war ein schild blue wool nach oben ich habe vorne jetzt abgebaut da war es blue wool nach unten ja ich bin jetzt hier hier ist aber nichts wo ich mich weiterbauen könnte oder sowas muss ich mich vielleicht hier noch weiterbauen oder so ne das war es aber auch hä achso jetzt haben wir fast überall schutz gegen die aber die können uns jetzt nicht mehr vor allem ne die haben hier überall mauer ne die haben nicht mal irgendwas ansatzweise gemacht ne guck mal hier ist ein ich verstehe das irgendwie nicht oh warte wo ist denn das einmal nochmal da zurück aber hä hä die ernste ich verstehe jetzt gerade ernsthaft nicht was das hier soll nein was ich hasse diese scheiß creeper alter nein was da war ein block was hast du alles dabei gehabt naja so schlimm war es nicht in der jungle gerade keine dia sachen dabei ne die sachen hatte ich nicht dabei ich brauche Leute ich brauche massenweise blöcke von euch tut mir leid das wäre es ja ich bin ja skeleton spawn hinter mir du bitch ok ich bin gleich am höchsten punkt der map bringt mir einfach blöcke irgendwas ich brauche irgendwas bauen alter ihr scheiß asslacks hört auf unsere tür einzutreten alter genau sie kommen in meine höhle sie wollen mich vergewaltigen geht es noch ja es ist halt so ich nehme jetzt erstmal eine andere ich gehe jetzt erstmal zu einer anderen wolle alter die treten unsere türen ein die asslacks alter hier am höchsten punkt der map ich für mich gerade ein bisschen verarscht ist nur ein canon kit oder den t-canon den t-canon ist immer gutes was alter was sind denn das für mongos ey ja ich habe beschäftigen mich gerade da das was in dem haus von denen ich brauche keine blöcke in dem haus von denen ist ein zombie mit einer goldrüstung auf der höchsten punkt der map auch ja nur dass da bei denen im haus die haben doch nichts also sagen wir es mal so die kommen gar nicht mit der wolle klar das ist schon mal von vorteil alter einer von euch hat äh soll ich ich hole erstmal die red bull weil die ist hier am nächsten dran das ist schon mal gut bringt bringen tnt wasser naja leiter nehmen wir auch mit ich habe auch immer gut gebrauchen letzter packer knöpfe und fans fühle ich mich trotzdem ein bisschen verarscht warum denn ich mehr als nur diese scheiß canon kit naja äh überlegen mal kurz überlegen achja ich will jetzt die schau ich nehme jetzt die dia schaufel mit weil hier hinten ist NEIN ich habe goldschuhe dabei aah ich habe goldschuhe ne komm gold ist scheiße ja und besser als gar nichts okay und die sind verzaubert mit äh fire protection mod na das ist schon mal gut ich bin gerade am verreckten weil hier ein scheiß zombie gammelt oh mein Gott ich habe hier pfeile äh hier du hast glack du hast glack goldschuhe äh äh raus aus meinem haus also leute ich glaube ich brauche jetzt keine blöcke mehr ich brauche jetzt aber die ganze schnee den es hier gibt mit meiner dia schaufel ich habe es getötet ich habe die dämlichen zombies ich will doch nur so ein scheiß stück holz ich soll mich mal nicht so abpacken ich gehe mal hinten noch mal ein paar pfeile und einen bogen und so holen bist du wo ich hier Da will ich hin. Vor allem, ich gehe mal schwer davon aus, dass direkt das Gitter dafür da ist, um sich vor den Fallen zu schützen, weil durch Gitter kommen die ja nicht durch. Weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus. Hoffen wir mal. Ich bin gerade an einem Ort. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Bei einem Ort vor unserer Zeit. Nein, da ist ein Hebel und da steht ein Schild und da ist ein Dispenser da steht Snacks Äh, bitte erst in den Dispenser gucken LOL Ich will da jetzt aber auch nicht rein gehen, weil wenn da Viecher drin sind was ich ganz sch... Scheiße, der ist mit Eisenrüstung Oh, ich hab' runtergestockt, fick dich Thomas beschießt mich grad Thomas gibt mir grad Pfeile Das ist Slimeboards drin Was ist denn da drin? Slimeboards Go to space, get out to space Nein Ich hab eh nicht so gutes Zeug außer TNT und Slimeboards dabei Und ein Eisenschwert Ich hoffe, ich muss jetzt auch hier runter Ich geh jetzt nicht gerade an der Seite irgendwo runter Ich guck erst mal, ob die andere Seite was da ist Warum soll ich nicht zu Space gehen? Da geht's wirklich nach oben Na toll, jetzt komm hier wieder so asslacks Oh ja, meine Luftloch Nein, 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 geh blick nur aus, sag Luft Luft Wasserfälle kann man super nutzen, ey Also wenn sie auf unserer Seite drin sind Piezen zwar auch noch außen, aber ich nehme mir nur... Tina beschießt mich aus ihrer Base Komm schon, jetzt treffe ich sie Ich hab nur irgendwas umgelegt Irgendwas muss ich gerade aktiviert haben Okay Wenn wir...